Hey Leute, was geht denn damit alle herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Atom-Mobben-Kanal. Heute geht's wieder weiter mit Legend of Zelda Skyboard Squad HD. Ich würde ja gerne sagen, ich weiß, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, aber, das weiß ich nicht, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr keine weiteren Videos mehr machen wollt, könnt ihr gerne kostenlos abonnieren, aber ihr könnt auch live auf Twitch dabei sein, wo ihr das, was wir jetzt zocken, also generell jedes Game oder was, was nicht auf YouTube kommt, zocken oder auch machen, gerne live mitverfolgen wollt. Ja, würde ich euch jetzt sehr freuen. Wir sind jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag ab 8 Uhr live und es würde mich freuen, auf jeden Fall euch da zu sehen jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Kann mir das, kann mir das einer verraten? Hallo? Ah, wir haben, genau, jetzt weiß ich wieder, wir haben gerade das zweite Ding nämlich freigeschaltet. Wir müssen jetzt zum letzten. Warum hebe ich das hoch? Was zur Hölle? Ah, ein weiteres Herz ist vielleicht not bad. Wollt ihr hier hin? Nein. Das hier wollte ich. Weil hier ist ein Crack. Ah, wir hätten die gar nicht so machen müssen. Hallo, ich habe eine scheiß Bombe in der Hand. Hallo, hallo. Oh. Ich verstehe jetzt mal schon nicht, mit dem Cracken ist es manchmal wirklich ein bisschen weird, muss ich ehrlich sagen. Also ein bisschen sehr. Kein Herz. Keine Herzen. Komm. Ach. Das herz wollen wir, das herz wollen wir. Dich habe ich mir, das habe ich geahnt, dass das wiederkommt. Ich glaube der, der Stromding ist hinten in der Ecke, oder? Ne doch nicht, okay. Haben wir es gesagt? Haben wir es gesagt? Ich wollte natürlich sagen, dass er hier ist. Zwei von den Elektrodingen. Wir haben nur drei Herzen, soweit ich war. Vier Herzen jetzt, ne? Das ist not good. Drop Herz, bitte. Ja. Nice. Die sollen alle Herzen droppen. Es wäre perfekt, wenn jeder von den Herzen droppt. Und dann können wir das jedes Mal wieder aufladen. Das brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr als Münzen gerade. Weil Münzen haben wir jetzt ein paar wieder. Zwei oder drei, wenn es hochkommt. Alter. Deswegen meine ich, deswegen brauchen wir Herzen, weil diese Typen fucken richtig ab. Die machen immer, wenn wir die treffen, halt einen halben, also, ne? Einen halben Herzensabzug. Und ich bin gut darin, dass ich das Elektroding treffe anstatt die. Und jetzt haben wir auch sowieso gelernt, dass wir mit dem Greifer hier die heben können. Kurzhof, weil wir hier drehen müssen. So. Müssen da beide rein? Ne, okay. Ich dachte schon. Das war's? Also, das hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt, dass das so easy ist. Also, ich hätte mir das jetzt ein bisschen schwieriger vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Aber okay. Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? So, und jetzt müssen wir die drehen, wie die auf der Karte dastehen, ne? So weit ich, glaube ich, oder? Naja, zum Hauptschalter, das weiß ich. Endlich haben wir mal eins fangen können, alter. Junge. Hat ja auch gar nicht lang gedauert oder so. Also, gucken wir gleich auf die Karte. Ich glaube, rechts ist Feuer, links ist Wasser und hinter uns ist Elektro. Oder es muss jetzt auf dem Kopf stehen. Oder müssen wir so gucken, was wir mit anderen löschen könnten. nee. Da hinten ist Feuer, da ist Wasser. da hinten ist Feuer, da ist Wasser. -, da hinten ist Feuer, da ist Wasser. Okay. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich das jetzt hingekriegt habe. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, weil das ist ja irgendwie, von der Reihenfolge her, ist es ja anders, als wie wir es angemacht haben. Ist ja completely different, weil das Wasserteil ist da, da hinten ist Feuerteil und da ist das Elektro. Oder hätten wir das so gesehen umdrehen müssen? Weil dann ergibt es Sinn. Keine Ahnung. Ich vermute mal, dass es so rum sein muss. Weil alles andere kann ich mir gerade ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Der Schatz, ich hab gelohnt. Auf geht's. Alter, das ist wunderschön. Das sind einfach nur Skorpione. Das sind die Fledermäuse dieses Dungeons. Verstehe. Verstehe. Ich könnte sogar auf der anderen Seite das dann machen. Du, 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 du. Komm, hier noch den kleinen Fegerfisch. Hallo. Leck mit dir. So. Und hier jetzt rüber. Da wurde dein Herz gedroppt, hab ich gehört. Aber das brauchen wir nicht. Wir haben mal den Full Life. Zum Glück. Wofür ist dann die andere Seite? Was macht die dann auf? Ich dachte, wir müssen beide Seiten machen, damit die Tür aufgeht. Vielleicht das da. Das kleine Schmuckkästchen. Das, glaube ich, da kommen auch wieder 25 Rubinen raus. Sehr wahrscheinlich, eigentlich. Was macht die denn da oben? Komm, Bruder. Ich glaube, mal sehr, war schon sehr stark, dass wir hier in diesem Dungeon gegen einen Riesenskopion kämpfen. Habe ich es so im Ruin so. Habe ich so ganz stark das Gefühl. Habe ich es nicht gesagt? 20 Rubine. Habe ich es nicht gesagt. Als hätte ich es gewusst. Als hätte ich es gewusst. Das habe ich aber nicht gewusst. Kommen wir auch noch mal mindestens ein Rubin. Oder? Ne, wir kriegen einen Skubion. Guck, sage ich ja. Trotzdem mindestens ein Rubin. Habe trotzdem recht. Wir können ja diesmal 900 dabei tragen. Kann man, ist das Maximum hier auch nur 900 Rubine? Ich hoffe mal nicht. Ah, diese Dinger. Ey, der war zu weit hin. Eigentlich würde ich das immer so machen, dass man mindestens einen Kopf zerstört halt. Und dann halt, weil dann danach, er ist regeneriert und dann kann man halt beide Köpfe, also alle drei Köpfe auf einmal zerstören. Wenn man jetzt gerade die Schiene kriegt, wie ich es wollte. Wir haben eine kleine Schüssel erhalten, ne? Oder? Ja, haben wir. Okay. So, was habe ich gesucht. Das sind Druckplätze. Können wir hier sonst noch irgendwas gucken? Vermute ich mal. Sieht schon ein bisschen weird manchmal aus, wenn ich hier einfach rumstehe, also nichts mache und man sieht nur meine Arme bewegen. So. Der müsste jetzt, glaube ich, alles zum Leben erweckt werden, oder? Der ist ein Großer, der muss auf jeden Fall alles zum Leben erwecken. Ja, wirklich alles. Na, achso, das ist egal. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was die machen. Ich glaube aber Laserstrahlen. Also, die sehen mir ganz danach aus, dass sie irgendwelche Laserstrahlen verströmen. Ja, das hatte ich vor. Genau so, wie ich es gerade gemacht habe, wollte ich, das wollte ich machen. Wo hast du denn hingeschlagen? Was war das denn? Der hat mich noch nicht mal gesehen und der hat schon gedingst. Es war mir so klar, dass ich einmal von dem gehittet werde. Als hätte ich schon vorher gewusst. Als hätte ich schon vorher gewusst. Aua. Alter, okay. Natürlich. Auf einmal war ich so schnell direkt an den dran. Ich weiß nicht, wo das herkam auf einmal. Ach nö, ich mag die nicht. Was ist denn so ein Ding? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Was ist das? Okay. Irgendwie etwas, wo wir nicht so leicht durchkommen. Tschüss. Den habe ich doch eben vernichtet oder nicht? Oh, da täuche ich mich da gerade. Ich glaube mal nicht, dass es runterfällt. Das ist runtergefallen, oder? Das wäre mal eine andere Person oder so. Keine Ahnung. Ganz komisch, dieses Sensoring von der Switch. Können vielleicht daran legen, dass es hinter einem Monitor steht, aber das kann ich mir auch nicht richtig vorstellen, muss ich ja nicht sagen. Okay. Da ist eine Truhe. Da. Sonst können wir hier noch nichts machen. Aber dafür können wir hier wieder was machen. Da haben wir nämlich auch noch ein bisschen was Sand. in dem wir noch entfernen müssen hier nämlich boom ich bin einfach gut hier jetzt können wir auf die andere seite rein jetzt können wir auch auf der anderen seite da wo wir es eben noch nicht reinkommen wo die tür zu ist in der mitte ist das so eine tür noch zu auf dieser seite dadurch können wir das ist nicht fair dass wir sowas wichtig ist verschwunden ihr verschwunden wird der die könne verspringen ist nicht fair wollen wir noch nicht mal ganz aufdecken brauchen wir noch nicht mal ganz aufdecken ich habe die anscheinend nicht gesehen das da ich hab's nicht gesehen ich war wirklich blind wenn er sich umdreht wieder in die andere richtung geht holen wir uns ihn snacken easy snack easy snack gar kein problem für uns war lecker nämlich die 900 voll schon geil habt ihr gesehen was er rausge- was er rausgeschmissen hat an items und die hätte noch nicht mal uns gegeben weil er einfach in der luft zerplatzt ist und man wir haben so viele schön vor allem der eine rote rubin der bringt 20 rubine er ist einfach in der luft zerplatzt der hat einfach gesagt so nee wir geben dem nichts der hat uns einfach nicht gegönnt überhaupt nicht das ist nicht fair das ist nicht fair ich würde gerne die 20 rubine haben die runtergefallen sind das wird uns zu den deutschland viel 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 mehr bringen ich habe jetzt auch angefangen ich habe jetzt auch angefangen jetzt darauf für die buch zu laden also ich habe heute heute auf den tag genau habe ich ein neues video auf die buch geladen wo ich jetzt ein paar schon mal geschnitten habe von der schrift selder und natürlich auf dem anker channel genauso weil ich mache es ja so in der zeit die videos die schneider auf meinem haupt channel sind ja also sind ja gekattet das sind ja die ganzen stunden parts die auf dem anker channel sind meistens überwiegend halt gibt es auf dem halt auf dem visual channel auf dem main channel gibt es die gekattet runter auf jetzt 32 minuten es wird glaube ich auch eher so in diesem rahmen bleiben das game weil das halt wirklich ist es schon on mass viel inhalt was dieses game bietet und halt ich möchte nicht unbedingt den ganzen content rausschneiden weil es ist ja manchmal schon etwas sehr interessant also passiert manchmal schon was interessant ist in richtung halt story und sowas und das dann hauptsächlich rausschneiden also davon schneide ich schon vieles raus würde ich sagen weil nicht vieles ist interessant aber vieles halt schon das kann das nicht lang so ging das kann ich das ist super einfach dran vorbei das ist super okay das hier geht nicht so einfach auf können wir auch eigentlich ran ziehen ich dachte das ist ein schwierigeres monster ah ok jetzt sind beide türen auf ich glaube die hintertour ist auch auf ne oder ja ok wir können auch wieder berg aber das brauchen wir ja nicht ich komme jetzt dahin wo wir hinwollten nämlich vorne weiter dungeon karte boom ich bin auch seit tagen immer wieder am überlegen mir einfach was zu essen zu bestellen was zu essen wäre schon also wieder was zu bestellen seit langem ich habe ja ich bestehe ja schon seit lange nichts mehr ähm aber irgendwie jedes mal wenn ich mir das angucke Digga dafür muss ich Geld zahlen das will ich nicht wo hast du das denn Geld wieso kriegst du das nicht umsonst kann das nicht einmal so umsonst sein oder so weg mit dir weg mit dir so wir haben wir auf der Karte gut wir können es markieren wir können es nicht markieren ok Entschuldigung geht das bis dahin geht das bis dahin jaaa easy noch so ein Ding hier oh hier sind es zwei Wege ich glaube es ist rechts lang deswegen gucken wir erstmal links ich glaube da es ist links lang jetzt war der geradeaus oder? ja aber ein Rubin die nehmen wir immer mit außer wir sind bald 900 dann brauchen wir keine mehr links zum Glück drehe ich mich in die andere Richtung wie ich sage zum Glück mache ich das rechts die sage ich recht verdammt diesmal hatte ich recht wo ist denn hier gelandet? wo ist denn hier gelandet? wo ist denn hier gelandet? wo sind wir hier gelandet? wo ist denn hier gelandet? eine wand aus spikes wir sind keine doch mehr gemeint verwirrend verwirrende ich hoffe es hat sich jetzt aber gelohnt hier das zu machen ja 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 Ah! Ah, okay, wir können. Wir haben Zeit. Komm, wir fahren. Du musst hierher kommen. Bruder, du bist außerhalb meines Sichtbefeldes. Ich glaube, der Rotorobil ist wieder runtergefallen. Ja, und der Blaue auch, den ich gerade eben gesehen habe. Ja, toll. Weil du immer noch nicht in mein Sichtfeld kamst, richtig. Du solltest unbedingt draußen stehen bleiben. Ich will hier weg, ich will hier weg. Was macht das? Ah, okay, das ruft sie schneller zu mir. Okay. Er steht da. Ah, okay, er kann nicht in das Vergangenheitsding rein. Okay, verstehe, verstehe. Damit kommen wir dann wieder auf die andere Seite. Ich habe ihn runtergeschubst. Der Hammer tut mir jetzt aber wirklich leid, dass ich ihn runtergeschubst habe. Mann, ey. War nicht mit Absicht. Aber ich sehe gerade, auf dem Timer der Folge, das war's für diesen Part. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben verlassen. Wenn nicht, dann nicht. Wenn dir keiner fragt, den wirklichen Seiten verfassen soll, könnt ihr gerne kostenlos abonnieren. Und dann bis zum nächsten Video. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020